Wechsel zu mir neu zur Roma. Ja, da gibt es ein Video genug und heute klären wir den mal ab. Das Gericht, bevor es los geht. Leute, ich möchte mich noch einmal bei euch bedanken, für euren kalten Support, das wir hier anbieten, in meiner Aktivität in der Strafung rein. Let's go! Ja, eigentlich steht vor einem Wechsel zu aus Roma. Es ist gar nicht so unwahrscheinlich. Bei die Roma, ein Traditionsfotos, ist der Verein operativ. Und ich würde schon sagen, Italien ist jetzt ziemlich neu, aber Roma, ich glaube, der absolute Superstar als Stammspieler bei United, in der Wandel kam jetzt nicht so oft war ein, das wurde nur Euro gespielt und in England nicht mehr gebühren sollen. Meiner Meinung nach ist es zwar sehr unrealistisch, aber es werden wir wählen, wir waren vorher am Anfang auch unrealistisch. Das könnte wirklich passieren. Ich hoffe, da haben wir mit dem Zug gerne jetzt in die Kommentare. Ich freue mich weiter und ciao! Kassier Wentzer